In meinem zweiten Video zum Thema Komplexität geht es jetzt um die entscheidenden Top-Ten-Schlüsselbegriffe. Warum es überhaupt wichtig ist, mehr über Komplexität zu wissen? Kurz nochmal, weil die Wirklichkeit, unsere Wirklichkeit, durch und durch komplex ist. Auch wenn wir das häufig weder bemerken noch wahrhaben wollen. Nicht nur mit Blick auf den Klimanotstand. Dabei ist Komplexität ein Schlüssel, vielleicht sogar der entscheidende Schlüssel, um uns und unsere Natur, Evolution, Klima, Gesellschaft, Leben, Internet oder KI zu verstehen und zu gestalten. Ist die Erkenntnis neu? Ja und nein. Natürlich ist es richtig, dass die Wirklichkeit immer schon komplex war. Aber erst in den letzten Jahrzehnten und vor allem durch den Klimanotstand und die Pandemie haben wir allmählich gelernt, die Komplexität, die unser Leben ja prägt, auch tatsächlich wahrzunehmen. Dummerweise hat diese neue Einsicht zufolge, dass wir mehr und mehr erkennen müssen, dass viele unserer Erklärungen und Theorien, die wir über Jahrtausende gepflegt haben, in dieser Form zu einfach waren und einfach nicht stimmen. Vieles von dem, was wir gelernt haben, ist schlicht falsch. Um die großen Transformationen verstehen und bewältigen zu können, müssen wir daher unser Weltbild mit großer Geschwindigkeit von einem linearen auf ein komplexes Modell umstellen. Leider fällt uns allen das viel schwerer als gedacht, wie nicht zuletzt die Diskussion über die Bewältigung des Klimanotstands oder gerade KI, JetGPT zeigen. Und leider macht es auch das politische Handeln nicht leichter, wenn man weiß, dass Politik ein komplexes System ist und alles andere als ein einfaches Input-Output-Geschäft, wo man oben was reinschüttet und unten kommt das Richtige raus. Auch im Bildungssektor wird der Umgang mit Komplexität zu massiven Veränderungen führen. Die Zeit nämlich, in der Telefonbücher auswendig gelernt wurden und man das für Bildung gehalten hat, die Zeit ist vorbei. Nur wenn wir Komplexität besser verstehen, sind wir auch in der Lage, die Vielfalt der Wirklichkeit in ihrer Einheit zu verstehen und sie in der Folge auch nachhaltig und besser zu gestalten als bisher. Bevor ich zu den Top Ten Begriffen komme, nochmal die wichtigsten Grundzüge. Die erste wichtige Einsicht ist, dass jedes System, gleich welches, immer nur dann einfach zu sein scheint, wenn wir es isoliert betrachten. Die meisten Systeme sind aber offene, das heißt mit ihrer Umwelt und anderen Systemen verbundene Systeme. Die zweite Einsicht ist, dass jedes Ding und jeder Prozess einen Kontext haben. Jedes System hat, wie es in der Systemtheorie heißt, immer eine eigene Umwelt und steht mit ihr und anderen Systemen im Austausch. Und sobald man beginnt, dieser Tatsache ernsthaft Rechnung zu tragen und beispielsweise zu berücksichtigen, woraus ein einzelnes System besteht, ob das nun ein Auto ist, eine Zelle oder eine Zahnbürste, landet man notgedrungen bei der Analyse seiner Vorgeschichte und damit in komplexen Umwelten. Zum Beispiel die Verarbeitung von Eisen setzt ein ganzes Sonnensystem voraus, in dem durch Prozesse der Kernfusion chemische Elemente wie Eisen überhaupt entstehen können. Es gibt den schönen Satz von Carl Sagan, Man braucht ein ganzes Universum, um einfach einen Apfelkuchen herzustellen. Drittens bestehen komplexe Systeme immer aus einer Vielzahl von Elementen, die jedoch miteinander in Wechselwirkungen stehen und einander wechselseitig verändern können. Und viertens sollte man vermeiden, Dinge, die kompliziert sind, mit solchen zu verwechseln, die komplex sind. Das Video dazu findet ihr hier. Leider gibt es keine vollständige offizielle Liste aller zentralen Eigenschaften oder Elemente, die Komplexität ausmachen. Und dazu passt die Einsicht, dass es die eine Theorie komplexer Systeme nicht gibt und vermutlich auch nie geben wird. Allein das unterscheidet Komplexität bereits von der klassischen Schulphysik. Wenn ihr die Fachliteratur zur Rate zieht, werdet ihr schnell merken, dass einzelne Forscherinnen und Forscher einen der jetzt folgenden zehn Punkte mal mehr, mal weniger betonen und manchmal sogar einen weglassen. Vieles hängt davon ab, mit welcher Art von System man sich gerade beschäftigt und was man nun genau im Detail verstehen will. Erstens, Emergence. Damit sind zwei sehr wichtige Tatsachen gemeint. Erstens, dass sich das Verhalten eines komplexen Systems nicht auf das Verhalten seiner einzelnen Elemente oder Komponenten reduzieren lässt. Das bedeutet, man kann aus genauen Informationen über die einzelnen Elemente und deren Beziehungen nicht ableiten, was das System als Ganzes tut. Beispielsweise sind die Nervenzellen in unserem Gehirn in ihrer Funktionsweise durchaus berechenbar. Aber sie haben kein Bewusstsein, ermöglichen aber in ihrem Zusammenspiel die Entstehung von Bewusstsein. Zweitens beinhaltet der Begriff der Emergenz, dass auf der Ebene des Gesamtsystems neue, völlig überraschende, unvorhergesehene Eigenschaften wie Bewusstsein entstehen können. Komplexe Systeme zeigen nicht immer, aber sehr häufig solche sogenannten eben emergenten Eigenschaften. Warum? Weil die Gesamtheit der Interaktion zwischen den Elementen eines Systems, das sich in seiner Umwelt organisiert und behaupten muss, notwendig zu Anpassungen und Veränderungen dieses Systems führt und damit zu neuen Qualitäten, Eigenschaften, Strukturen und Ebenen der Organisation. Emergenz bedeutet, einfacher formuliert, das System ist mehr als die Summe seiner Teile. Zweitens Selbstorganisation. Damit ist das Phänomen gemeint, dass sich komplexe Systeme spontan in Mustern und Strukturen organisieren können, ohne dass sie einer externen Kontrolle oder einer zentralen Leitstelle und Steuerung bedürfen. Das Selbst, das sich bildhaft gesprochen organisiert, wenn man von Selbstorganisation spricht, ist die Binnenstruktur der Systeme und umfasst drei zentrale Aspekte der Organisation von Materie, Energie und Information. Alle drei sind für den Aufbau und Erhalt einer solchen Struktur notwendig und sind je nach Feld, auf dem man sich bewegt, auch von unterschiedlichem Einfluss. Beispiel für solche Prozesse der Selbstorganisation sind zum Beispiel die Duftspuren von Ameisen, die dann zu Futterquellen führen und immer mehr Ameisen kommen. Oder Termitenbauten, die Lernfähigkeit von Roboter-Systemen, die sich selber organisieren. Oder in der Chemie die beeindruckende sogenannte Belusov-Sabotinsky-Reaktion, bei der sich in einem bestimmten Rhythmus die Farbe einer Flüssigkeit in einem Reagenzglas regelmäßig ändert. Die Organisationsstruktur eines Systems, das sich selbst organisiert, entsteht durch Wechselwirkungen zwischen seinen Elementen, wobei das System Energie aus der Umwelt aufnimmt. Prozesse der Selbstorganisation können dann zu unvorhersehbaren, emergenten Strukturen führen. Punkt eins. Damit eng verbunden ist die dritte Eigenschaft. Dynamik. Komplexe Systeme sind dynamische Systeme, die mit ihrer Umwelt interagieren und in Wechselwirkung stehen. Meist geschieht das, indem sie, wie eben erwähnt, Energie aus der Umwelt aufnehmen und dazu verwenden, ihre eigene Struktur zu erhalten. Also wir alle müssen zum Beispiel Energie in Form von Nahrung aus der Umwelt aufnehmen, um unsere Körperstruktur zu erhalten. Komplexe Systeme wie unser Körper sind auf einen offenen Austausch angelegt. Und dynamisch sind diese Systeme, weil sie sich ständig weiter verändern, denn ihr Verhalten wird durch Rückkopplungsschleifen und andere Wechselwirkungen zwischen den Komponenten, aber auch durch den Austausch mit der Umwelt des Systems beeinflusst. Je mehr Hunger ich habe, umso mehr bewege ich mich aus dem Bereich des Gleichgewichts heraus, bis meine innere Ordnung sich irgendwann aufzulösen beginnt, weil ihr Materie und Energie fehlen. Da muss ich essen. In der Physik nennt man solche aufnahmefähigen dynamischen Systeme, die sich fern vom Gleichgewicht befinden, dissipative dynamische Systeme. Und eine ihrer eindrucksvollsten Fähigkeiten ist, dass sie, viertens, adaptives Verhalten haben. Sie können sich an ihre Umgebung anpassen, indem sie ihre innere Struktur und damit auch ihr Verhalten ändern. Die Adaptivität, also ein Werden zwischen Chaos und Ordnung, trägt entscheidend zu ihrer Überlebensfähigkeit bei und kann sich auf ganz verschiedenen Ebenen darstellen, von einzelnen Elementen bis hin zum gesamten System. Man muss ja nicht immer gleich das gesamte System ändern, wenn man eine kleine Anpassung macht. Für biologische, also lebende Systeme gilt, gibt es zu viel Chaos, dann sterben sie. Gibt es zu viel Ordnung, sterben sie auch, weil sie bildhaft gesprochen zu einem Kristall erstarren und nicht mehr leben. Leben findet einzig in diesem Übergangsbereich zwischen Chaos und Ordnung statt. Fünftens, Nicht-Linearität. Die Kehrseite der Anpassungsfähigkeit ist, dass komplexe Systeme gerade dadurch, dass sie sich anpassen können, robust bleiben, stabil oder resilient. Sie erhalten sich deshalb gerade selber, weil sie flexibel reagieren könnten. Könnten sie das nicht, würden sie aussterben. Ein Lebewesen, das sich nur auf eine einzige Art und Weise verhalten kann, wird aussterben, wenn sich seine Umwelt massiv ändert und es zu keinem neuen Verhalten finden kann, um auf diese neue Situation dann angemessen zu reagieren. Im Fall von gleichem Verhalten spricht man auch von linearem Verhalten. Linearität bedeutet, dass der gleiche Input, zum Beispiel von der Umwelt, immer zum gleichen Output des Systems führt. So kann beispielsweise eine gerade Linie in einem kathesischen Koordinatensystem mit x- und y-Achse immer die gleiche Steigung aufweisen. Eine solche lineare Funktion hat ganz allgemein die Formel, kennt ihr aus der Schule, y-Lon gleich m mal x plus n. Anders wird es jetzt, wenn sich Systeme, während sie sich entwickeln, in der Zeit oder in Abhängigkeit von anderen Funktionen verändern. Wenn man versucht, solche veränderlichen komplexen Systeme mathematisch zu beschreiben, dann muss man häufig von nicht-linearen Gleichungen Gebrauch machen, um die Rückkopplungen abzubilden und in eine mathematische Form zu bringen. Nicht-linear sind Systeme, bei denen die Änderung der Ausgabe eben nicht proportional zur Änderung der Eingabe ist, wie das bei Geraden der Fall ist. Solche Systeme sind dynamisch und häufig auch chaotisch und unvorhersehbar. Ein Beispiel für eine nicht-lineare Funktion war die exponentielle Zunahme von Ansteckungen in der Pandemie. Die Nicht-Linearität bildet die Tatsache ab, dass in komplexen Systemen selbst kleinste Veränderungen in einem winzigen Teil des Systems, sogenannte Fluktuationen oder Abweichungen von den Ausgangsbedingungen, zu großen und völlig unvorhersehbaren Schwankungen und Änderungen des Verhaltens führen können, die dann das gesamte System erfassen und verändern. Stichwort Klima. Umgangssprachlich spricht man da vom Schmetterlingseffekt, der jedoch im Fall des Wetters eine reine Metapher ist. Also der Flügelschlag eines Schmetterlings hier ist faktisch von geringer Auswirkung auf das Gesamtsystem oder das Wetter in Brasilien, weil jeder Wind, der zwischen hier und Brasilien liegt und irgendwo weht, stärker ist und den Effekt natürlich zunichte macht. Dass komplexe Systeme jedoch tatsächlich nicht linear sind und sich aufschaukeln können durch kleine Veränderungen, bedeutet, dass sie ihre Verhaltensweisen und Eigenschaften auch nicht adäquat durch eine lineare Funktion beschreiben lassen können. Kleinste Veränderungen in den Ausgangsbedingungen können tatsächlich zu großen, unvorhersehbaren Effekten führen. Und oft bleiben diese Effekte zunächst mal unbemerkt, bis sie sich dann immer mehr und mehr und mehr anhäufen. Dann bemerkt man sie und dann kann es oft bereits zu spät sein. Die Krankheit bricht aus und das System beginnt zu kippen. Der sechste Punkt, Kipppunkte und Phasenübergänge. Komplexe Systeme sind anpassungsfähig, haben wir gesagt. Andererseits sind sie auch stabil und resilient, können aber, wenn der Druck auf sie zunimmt, auch neue Verhaltensweisen entwickeln. Man spricht in diesem Zusammenhang von Bifurkation. Das ist so, wie wenn ein Ball einen Berg runterrollt und sich an jedem Stein, gegen den er stößt, entscheiden kann, ob er nun liegen bleibt oder ob er nach rechts oder links ausweicht und weiter runterrollt. Das Entstehen solcher Verzweigungen kann zu radikalen Veränderungen, zum Kippen eines Systems führen. Es geht dann von einer stabilen, vielleicht in eine instabile, chaotische Phase über. Das Wetter ist dann völlig unberechenbar in so einer chaotischen Phase. Die Veränderungen sind eng mit der sogenannten Sensitivität, also mit dem Grad der Empfindlichkeit gegenüber solchen kleinen Schwankungen verbunden. Gerade weil komplexe Systeme sowohl robust wie adaptiv sind, können sie sich auch bei veränderten Umweltbedingungen gut am Leben erhalten. Sie erstarren nicht und werden aber auch nicht chaotisch. Sie puffern das sozusagen und federn das aus. Das ermöglicht es komplexen Systemen, unterschiedlich und flexibel zu reagieren bis zu einem gewissen Punkt. Wird dieser Punkt dann überschritten, kippt das System und verliert seine bisherige Robustheit und auch seine bisherigen Eigenschaften. Dabei ist nicht automatisch klar, dass das System eine neue, robuste Struktur findet und sich auf neue Weise auch selbst organisieren kann. Es ist durchaus möglich, dass ein System zerbricht. Das heißt, erstarrt oder sich in völligen Chaos auflöst. So wie zum Beispiel ein Gewässer komplett kippen kann und es gibt kein Leben mehr in diesem Gewässer. Phasenübergänge und Kipppunkte sind ein typisches Merkmal komplexer Systeme. Und leider kennen wir sehr oft diese Punkte vorher nicht genau. Der Merkspruch hierzu ist der kleine Tropfen, der das Fass plötzlich zum Überlaufen bringt. Ein kleines Ereignis und plötzlich setzt aufgrund der Störung des Gleichgewichts eine ganze Kaskade von Veränderungen ein, in deren Folge beispielsweise das ökologische Gleichgewicht in einem Gewässer kippt und in der Folge zum Aussterben von Arten führt. Und oft kann man diese Kaskade, wenn sie einmal losgetreten ist, auch nicht mehr so schnell aufhalten. Siebtens Vernetzung. Damit kommt eine weitere Eigenschaft komplexer Systeme ins Spiel, ihre Vernetztheit. Die vielen Elemente eines Systems sind alle miteinander verbunden, obwohl sich in den Netzwerken unterschiedliche Ebenen, hierarchische Strukturen bilden, in denen die Elemente dann angeordnet sind. Das beste Beispiel dafür ist unser Gehirn mit seinen verschiedenen Zentren und Clustern. Die Wechselwirkungen zwischen den Elementen und ihre Vernetzung sind entscheidend für das jeweilige Verhalten und die Eigenschaft des Systems. Und die Theorie komplexer Netze, auch Netzwerktheorie, liefert dann Instrumente zum Verständnis der Struktur, des Verhaltens und der Entwicklung solcher Netze mit Knotenpunkten und Kanten und so weiter. Achtens, mehrskalige Systeme. Aufgrund ihrer Vernetztheit weisen viele komplexe Systeme ein Verhalten auf, das räumlich oder zeitlich Strukturen auf mehreren Ebenen hat. Solche Muster, die sich quer über alle Größenordnungen eines Systems erstrecken, können sowohl Mikro- wie auch Makro-Ebenen umfassen. Beispielsweise, wenn sie von Individuen über kleine Gruppen dann bis hin zu ganzen Gesellschaften und Institutionen reichen. Aber man findet auf jeder Ebene immer dasselbe Muster. Das genauere Verständnis der Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen diesen Dimensionen über unterschiedliche Skalen hinweg, ist ganz entscheidend, um das Verhalten komplexer Systeme als Ganze zu verstehen. So klein ein Virus sein mag, so groß können seine Auswirkungen auf den globalen Handel sein. Analysiert man die Schwankungen von Aktiengeschäften während eines einzelnen Tages, so findet man oft dieselbe Struktur wieder, die sich dann auch bei einer Analyse von Tagen, Wochen oder Monaten zeigt. In dem Fall ist das eine sogenannte fraktale Struktur. Neuntens, Nicht-Gleichgewicht oder wie man auch sagt Non-Equilibium-Systeme. Ihr kennt wahrscheinlich den Begriff der Entropie. Vereinfacht gesagt ist das ein Zustand des thermischen Gleichgewichts. Er ist erreicht, wenn zum Beispiel zwei Flüssigkeiten, eine kalte und eine warme, sich mischen und schließlich eine Durchschnittstemperatur ergeben. Letztlich laufen alle Systeme auf eine solche Gleichverteilung der Energie oder Entropie zu. Alles, was eine Ordnung hat, ist also das Gegenteil von Entropie. Also in mir, in meinem Körper ist nicht alles gleich verteilt. Und um den Zerfall ins Ewig Gleiche, ins Gleichgewicht zu entgehen, also wenn ich kompostiere später, muss jede Form von Ordnung Energie aufgenommen haben oder weiter aufnehmen, um sich zu erhalten. Der Tod ist in gewisser Weise der entropische Zustand eines lebenden Systems. Eiskristalle zeigen eine extrem gleiche Verteilung von Wassermolekülen, ähnlich Kristallen. Wenn sie dann schmelzen, wenn ich sie erwärme, bewegen sie sich durch Zufuhr von Wärme zunehmend schneller, die einzelnen Wassermoleküle. Und über kurz oder lang kommt es zu einer chaotischen Bewegung. Geschlossene Systeme, so wie der Farbtropfen, den ich in ein Wasserglas fallen lasse, nutzen die freie Energie in diesem Wasserglas dazu, das thermodynamische Gleichgewicht zu erreichen. Komplexe Systeme hingegen sind ja offene Systeme, also nicht abgeschlossen, die sich mit ihrer Umgebung auf vielfältige Weise austauschen und Energien aus der Umwelt auch aufnehmen können. Man spricht daher von einem Net-Influx und Outflux von Energien, also einem Netzwerk, das rein und raus fließt und Energie, Materie, Information austauscht. Ein solches System erreicht dann einen stabilen Zustand oder Steady State erst, wenn es über einen gewissen Zeitraum hinweg ein dynamisches Gleichgewicht realisieren kann, wofür ihm Energie natürlich zur Verfügung stehen muss. Lebende Systeme sind immer derartige komplexe Systeme, die auch offen bzw. ich hatte es schon erwähnt, dissipative Systeme heißen, weil sie ihr Gleichgewicht durch die Aufnahme von Energie, etwas der Sonne oder durch Materie in Form von Nahrung erhalten. Zehntens, Unvorhersehbarkeit. Ein letzter Punkt ist ein typisches Kennzeichen komplexer Systeme. Obwohl wir alle Informationen über ein solches System haben können und es sogar mathematisch beschreiben können, ist es auf Dauer in seinem Verhalten unberechenbar. Komplexe Systeme können unsere Fähigkeit, Vorhersagen über ihre zukünftigen Zustände zu treffen, vollkommen aushebeln. Wir hatten das eben schon mit der Bifokation. Wir wissen vorher nicht genau, ob der Ball nun nach rechts oder nach links sich dreht. Daher ist sowohl unser Wissen über komplexe Systeme wie unsere Möglichkeit der Vorhersage ihrer zeitlichen Entwicklung in hohem Maße begrenzt. Und diese Begrenzung des Wissens ist nicht die Folge eines Mangels an Information, sondern das Ergebnis ihrer nicht-linearen Strukturen, ihrer Fähigkeit zu emergenten Verhalten. Das heißt, wir können alles wissen, alle Informationen haben, wir können diese Systeme trotzdem nicht berechnen. Das gilt vor allem dann, wenn sich ein komplexes System einem Kipppunkt nähert. Es ist nicht möglich, dann vorherzusagen, wie es sich genau verhalten wird. Und diese Unvorhersehbarkeit unterstreicht den Bedarf an neuen, immer besseren Ansätzen zur Modellierung, um die Dynamik komplexer Systeme wenigstens in Umrissen besser zu verstehen, auch wenn sie sich am Ende unserer Beschreibung nicht immer, aber häufig entziehen. Deshalb zielt Komplexitätsforschung immer wieder darauf ab, einen interdisziplinären, theoretischen Rahmen für das Verständnis und die Erklärung des Verhaltens vieler komplexer Systeme zu erarbeiten und uns dabei zu helfen, Vorhersagen darüber zu treffen, wie diese Systeme auf Veränderungen in Form von verschiedenen Einflüssen, Eingaben, Reizen vielleicht reagieren werden. Obwohl die Komplexitätsforschung einige zentrale Dogmen klassischer Wissenschaften widerlegt hat und sie lediglich als Aspekte bestimmter Bereiche der Wirklichkeit gelten lässt, gibt es bis heute eine Reihe offener Fragen, etwa in Bezug auf die Dynamik von sogenannten Top-Down-Ursachen. Nach dem bisherigen Stand der Forschung scheint klar zu sein, dass es die eine Theorie der Komplexität, die alle Aspekte zusammenfasst, nicht geben wird. Diese Vorstellung ist ein Relikt alter metaphysischer, philosophischer Überzeugungen, denen zufolge die Wirklichkeit am Ende auf ein einziges Grundprinzip reduziert werden könnte, von dem aus wir dann alles wie so ein Baukastending erklären und voraussagen können. Genau so ist unsere Wirklichkeit nicht. Und deshalb ist Komplexitätsforschung für viele so irritierend. Sie sorgt für eine Reihe neuer und völlig unerwarteter Erkenntnisse. Die Welt ist nicht so, wie wir gedacht haben. Und in den Naturwissenschaften gilt das ebenso wie in den Sozial- oder Geisteswissenschaften. Und trotzdem gibt es heute kein Forschungsgebiet mehr, das die Tatsache umgehen könnte, dass die Wirklichkeit, und das beinhaltet auch den kleinen Wirklichkeitsausschnitt, mit dem sich jeweils eine einzelne Disziplin befasst, komplex ist. Die Annahmen darüber, was Komplexität für die jeweilige Disziplin bedeutet, können sehr verschieden sein. Häufig sind sie jedoch nicht wirklich klar erfasst. Es gibt also noch viel zu tun. Komplexität in den einzelnen Forschungsgebieten besser zu verstehen und anzuwenden, ist eine der zentralen Aufgaben heutiger Komplexitätsforschung. Wenn es euch was gebracht hat, bitte weitersagen. Und das führt ja auch manchmal zu unerwartet komplexen Auswirkungen. Auch für uns. Und tschüss.